Umweltverschmutzung im Delta des Flusses Niger in Nigeria. In dieser Region leben vier Bauern, die den britisch-niederländischen Ölkonzern Shell vor einem Gericht in den Niederlanden auf Schadenersatz verklagt haben. Nach 13 Jahren Rechtsstreit haben sie nun vor einem Berufungsgericht in Den Haag einen Sieg errungen. Das Gericht hat entschieden, dass in Übereinstimmung mit nigerianischem Recht der Mutterkonzern die Verantwortung dafür trägt. Er muss dafür Sorge tragen, dass die Uruma-Pipeline mit einem Sicherheitssystem ausgestattet wird, um Lecks in Zukunft zu verhindern. Weil sich die nigerianische Shell-Tochter bisher geweigert hat, das zu tun, muss der Mutterkonzern alles dafür tun, um ein solches Sicherheitssystem einzuführen. Nigeria ist das größte Ölförderland in Afrika. Shell fördert im Niger-Delta große Mengen Erdöl. Dabei kam es immer wieder zu Lecks in Pipelines, die verheerende Umweltschäden zur Folge hatten. Der Konzern argumentierte, die Zerstörungen der Natur immer sorgfältig beseitigt zu haben. Wie hoch die Entschädigungen für die Bauern sind und ob alle vier Schadenersatz erhalten, soll zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt werden. Die Klage wurde von mehreren Umweltschutzgruppen unterstützt. 24.000 Liter Ruwe Ode.